Nein, 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 ich bin schon wieder hier, das kann doch nicht wahr sein, wieso, wieso ist das Leben so gemein zu mir? Und damit herzlich willkommen zum Let's Play von Captive Minecraft 2, diesmal mit Marc von den Dortmunder Jungs. Hallo. Ja, hier sind wir also wieder in unserem kleinen strudeligen Ding. Ähm, ja, ich hoffe ihr habt euch Captive Minecraft 1 angeguckt, das ist der Vorgänger mit Simon und mir. Ich erkläre nochmal kurz worum es hier geht. Ähm, ich hab das selber noch nie gespielt, hab auch bisher nur den Trailer gesehen, Videos davon noch nicht, muss ich wirklich sagen. Ähm, also komplett blind für uns beide wahrscheinlich. Ja, wie immer, die World Border Grenze hält uns hier ein bisschen gefangen, wir brauchen Achievements, damit sie sich erweitert. Es gibt einen Room of Monuments und, ähm, ja, dazu kommen wir dann später noch, wenn wir den finden sollten. Ich weiß nicht, wo er ist. Ähm, darunter geht eine Leiter, vielleicht kann man da darunter zu dem. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ähm, ich erkläre nochmal eben kurz, wenn einer von uns das Achievement freischaltet. Marc, kannst du das mal bitte kurz machen? Ja. Ah, ich sehe gerade, ich hab den dann auch automatisch erzielt. Okay, das haben sie verbessert, das freut mich. Also ich hab den Erfolg dann automatisch auch. Ich mach kurz meinen Sound. Okay. Ja, also wenn einer von uns das Achievement aktiviert, dann kriegt der andere das gleichzeitig auch. Und dann erweitert sich hier diese World Border Grenze um einen halben Block. Und, äh, ja, so geht das jetzt die ganze Zeit weiter. Ich würde sagen, dann schlagen wir doch direkt mal den Baum, der nicht existiert. Ein Augenblick. Ich hab wieder mal vergessen, weil ich so dumm bin, den Timer zu stellen. Das mach ich gleich mal wieder. Moment. Und, den Timer, jetzt ist er gestellt und auch an. Und mein Handy noch auf vibrieren, stellen. So. Da sind wir also nun wieder. Und, haben die Inventur freigeschaltet. So, ich guck nochmal auf die Erfolge eben. Okay, bisher noch nicht so viel freigeschaltet, aber das wird dann alles noch kommen. Das sind dieselben Erfolge wie in Captive Minecraft 1 auch. Den dritten Teil werden wir natürlich auch noch spielen. Äh, da weiß ich noch nicht, ob mit Marc oder mit jemand anderem, je nachdem wie viel Lust wir haben. Und ich würde sagen, Wir sind am Arsch. Und wenn man am Arsch ist, dann guckt mal, was man in seiner Umgebung machen kann. Und das Einzige, was ich hier sehe, ist Sand. So, wir müssen einfach mal nach unten bauen. Ja, würde ich sagen. Okay, warte. Stopp. Moment. Wir bauen eine Treppe. Würde ich sagen, die fängt hier an und geht dann hier runter, ja? Ja, gut. So, weil es leider Sand ist, fällt da runter. Das ist ja roter Sand. Aha, ich habe hier direkt schon irgendwas Rotes. Ja, dauert noch ein bisschen, kannst du kurz etwas, damit ich auch abbauen kann. Ach, genau. Also, wir haben hier irgendwas Rotes. Was? Ich glaube, roter Clay ist das. Ich muss gleich gucken, wenn wir einmal rum sind. Kannst du mir Bescheid sagen, wenn ich einmal rum bin, dass ich mich die Treppe dahinten zerstöre? Ja, vielleicht gescheit. Ich weiß schon mal, ich weiß schon mal, jetzt darf ich gleich noch einmal, ne? Ja, jetzt musst du halt doch jenes gleich gehen. Jetzt noch einmal nach links, ne? Immer. Äh, ja, genau, einmal nach links. Halt, ich muss noch nie abhauen. Siehst du, ja, wahrscheinlich noch. Dann gehe ich noch einmal in die Mitte, ja? Ja, nur. So, noch ein runter. Und jetzt nach hier. Aha. Die Schwierigkeit übrigens auch einfach festgestellt, die können wir nicht ändern, damit ihr das hier mal kurz sehen könnt. Hier einfach, geht nicht ändern. Also Captain Minecraft 2 macht anscheinend sehr viel besser und ich hab was. Aber hier geht's nicht weiter, hier ist nur so ein Ding. Ich weiß nicht, dürfen wir einfach alles abbauen? Ja, ne? Geh ich mal von aus. Das ist ja unsere kleine Welt, ja, also ich geh mal kurz runter. Jetzt hab ich schon 44 roten Sand. Hallo? Oh, ich sollte vielleicht, ah, okay, hier ist ne Truhe. Oh, Room of Monuments, siehst du das auch? Ja. Cool. Also ich mein, das Schild da vor deiner Nase. Ja, klar. Dieses Zeichen. Okay, eine Truhe. Cool. Ist da Holz? Okay, da ist Ton. Eine Holzschaufel, eine Holzspitz, ja kein Holzscher. Stock, ich teile mal mit dir, ne? Obwohl, ne, wollen wir eine gemeinsame Truhe nehmen? Wir müssen ja immer Sachen rausnehmen. So, okay, wir haben, so. Das sind die Sachen, die wir jetzt bisher haben. Das ist also der Room of Monuments unter der Map platziert. Ähm, ja, schön. Okay, wir haben ja 44 roten Sand, ein Ton, die zwei Sand. Ja, das ist ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, also. Weißt, können wir uns noch weiter, wo ich grad sagen, ich hab ja die Spitzbacke, die Spitzbacke, die Spitzbacke bekommen. Äh, oder mit mir, mach du das mal, du hast jetzt noch gar nichts gemacht. Okay. Ich sag, wir machen uns, ja toll, jetzt kriegen wir auch die Schaufel für den Sand, super. Ach, da hast du noch mehr Sand, warte Schaufel dann. Achso, die habe ich ja, dann mach ich die Schaufel. Ja, dir das ein bisschen doof, dann nimm du die Schaufel. Ja, wir müssen uns hier noch ein paar Absprüchungsprobleme, wir haben schon lange nichts mehr gemeinsam aufgenommen. Oh, da hast du die Dinge im Arsch. Immer. Aber ich glaub, ich schaufel dir noch nicht hier mehr aus. Oh, ja. Oder auch nicht. Das Eisen. Ja. Okay, ich baue mal den ganzen Sand hier ab, eben. Bauen wir mal den ganzen Sand hier ab, eben. Na, guck mal einfach, ob da drunter noch was ist. Also, das kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier drin sind und nichts tun können. Sondern jetzt tun wir auch den ganzen Sand auf, nein. Äh, nein, Gott. Guck mal, ich baue mal einen hier ab. Ich jetzt in Lava verleiten mich das auf. Ah, Holz. Okay, ich komme mal mit nach unten. Und davon können wir das hier abbauen. Ja, dann mache ich das schon, wenn ich das abwechselnd, dass ich abwechselnd sind, wenn ich das kriege. Da, 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 da. Ah, komm, Gott. Ah, nee, das ist immer nur ein Heimatblock. Ja, ja, ja. Die Tür noch nicht hin. So, das kommt jetzt hier noch hoch. Also, ich weiß nicht, ich... Ja, du hast auch noch Sand, jetzt habe ich das Problem, dann muss ich auch, was, ich baue mich mal daneben hoch, warte. Achtung, nicht da hinstellen, jetzt, sonst fällt wieder runter. Oh ja, genau. Ah, nee, ich brauche mich jetzt immer noch hin, du hast noch hin. Gut. Warten wir das, warte mal. Shit. Ich glaube, wir müssen jetzt jetzt nichts. Ich guck mal, wer hat gerade gut. Wir müssen jetzt die Weltbank machen, als nächstes. Ach, wirklich? Warte, wer macht von uns, ich? Nee, ich habe ja nur das Holz, ne? Danke. Als einziger, okay. Fortgeschrittenes Handwerk und die Weltgrenze erweitert sich. So. Diesmal sind wir natürlich schlauer als Simon und E. Nee, wir haben kein Holz. Ja. Aber warte mal, was ist, wenn ich das Holz... Ich mach mal die Werkbank. Eben hierhin. Was ist, wenn ich das Holzschwert... Hier? Ah, nee, kann ich nicht. Okay. Schade. Okay. Was ist, wenn ich das Holzschwert... Warum haben wir eigentlich... Warum haben wir eigentlich einen Ton bekommen? Was sind das für Säulenteile? Ja, dann müssen wir wieder runter. Was hast du noch? Man, schau, hast du uns hier leider nicht. Nein, nein, das musst du craften, deswegen. Ich glaube, wir müssen nochmal in den Holzraum runter. Ich glaube, das ist jetzt... Ja, ich weiß nicht. Also, ich war mir schon wieder... Boah, schön. Ah, doch, war Unruf gekommen. Äh, he, he. Jetzt hältst du noch mal. Oh, du bist so ein Held, ne? Du bist so ein Held. Hier, bitte. So. Ah, jetzt können wir mehr Holz abbauen. Okay, dann baut jeder von uns einfach zwei ab. Äh, vier ab. Ne, zwei ab. Oh, Natur. Halleluja. Okay, ich sammle mal ein paar Äpfel ein. Du kannst ja die untere Äpfel nehmen. Jeder nimmt hier so, das kannst du noch. Ich hab die Fettöffel genommen. Aber nee, nee, wir teilen uns ja alles in der Kiste. Ich baue die Kiste mal. Ich hab die Kiste mal. Die Regierer-Kotato. So, ich muss mich... Das ist das Ding, das ist das Ding, das ist ja... Ohne Fakten, eben. Nee, Ton, sag. Warte mal. Wir erst leben, oder? Das Leben. Nee, Ton. So. Irgendwie kann man tun auch fern, was man nicht mehr liebt. Okay, ich baue mich zuerst, oder? Ich tue mal alles in die Truhe, dann können wir mal Lagerbespricht. Lagerbesprichtung. Okay, du hast, wie viel Holz hast du eins, ne? Ja, mach schon mal zu Holzbrettern, dann tue man alles in die Truhe. So, hast du die Fakten mitgenommen? Die Fakten habe ich mitgenommen. Weil da war ich noch mal Fakten, die geht auch mitgenommen. Okay. So, okay, warte mal. Ich gebe dir mal. Ich bin's. Ja, nee, danke. Ich kann mir nicht zu tun. Achso, ja, okay. Die will die Lagerbesprichtung und auch da rein. Die ist auf jeden Fall, äh, nee, 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 die ist bin, wie sie mit dem Amboss umbenannt worden sind, weil die Schrift so schräg ist. Also, was machen wir jetzt? Ähm, Erfolge. Ja, aber können wir uns jetzt einen Hacker machen, eine Spitzsacke oder ein Schwert. Okay, ich würde sagen, wir machen einen, einen, äh, einen Schwert und eine Spitzsacke. Oder warte mal, vielleicht haben wir mehr Holz. Wir haben sechs. Ich habe auch noch sechs. Achso, kannst du mir dann kurz geben? Ich crafte dann ein bisschen was. Für uns. So, wir machen Stickies. Kann die regular Koteter eigentlich auch wissen. Das Gute ist, dass wenn wir uns jetzt hier so Sachen machen, so, dann noch ein Schwert. Ich glaube, jetzt können wir schon, also ich glaube, ich warte noch ein bisschen. Ich ruhe mich ja kurz mal nach unten. Und noch eine Spitzsacke. Also, okay, wir können jetzt die Tür öffnen, aber wir können natürlich weiter. So, das ist schon die Tür schon mal gehört. Okay, wir müssen noch ein paar mehr verknüpfen. World Warp hat sich erweitert. Red Stained Clay. Obwohl ich glaube, ganz einfach aus. Blue Stained Clay. Yellow Stained Clay. Okay, warte, kurz auf mich. Ich habe hier Spitzsacke und... Weil nach unten kriegen wir nicht mehr so nicht mehr weiter essen. Ne? Komm mal, wir sind die Türke durch, aber dann geht es erst mal direkt nicht weiter. Kannst du mir trotzdem mal kurz geben? Was soll die Uhr? Ich möchte mich unten noch mal umgucken. Äh, ja, nichts kommt. Ja, das kommt einfach, dann helfe ich dir. Okay, da ist noch eine Fackel und eine Leiter nach oben. Ja, die Fackel, lass dann mal. Ich habe jetzt einen der Lieben gerissen. Achso, die habe ich jetzt... Oh ja, egal. Da ist auch noch alles. So, jetzt gebe ich dir mal. Dann kannst du dich hochbauen. Dann bin ich dran. Wir brauchen noch Stein für eine Steinspitze. Danke schön. So, jetzt denke ich... Achso, jetzt sehe ich das Essen. Ja, ja. Irgendwie werden wir diesen Ton wohl färben müssen. Ja, aber... Weiß ich mit einer Kartoffel vielleicht? Oder mit... Na, mit einem Goldnaget. Oder mit einem Apfel? Ich habe mir die Ton gefärbt. Okay, ich mache mal mit einem Apfel, tue ich mal rein. Apfel oder vielleicht ein Goldnaget für Geld? Goldnaget, tue mal rein. Äh, den Ton jetzt? Warte, ich gebe den Ton. Nur mal so zum Test. Guck mal, ob das geht. Tone? Voll acht. Der Album muss ja nicht irgendwie bestimmt platzieren, ne? Ne, geht nicht. Okay, dann tue man die Ton. Achso, ich habe bekommen. Tja. Ah, ja, mit Wasser geschickt macht überhaupt keinen Sinn. Warte mal. Wo sind jetzt wieder die Erfolge? Wir könnten als nächstes... Ah, Kuhschubser können wir noch nicht. Wir haben... Goll. Wir haben keine Kuh, wir haben kein Monster, wir haben keinen Stein. Wir haben immer noch keinen Stein. Wir haben keinen Weizenbambus, wir haben keinen... Okay, es sieht anscheinend sehr krass aus. Sind wir eigentlich blöd? Wieso bauen wir nicht einfach hier so ein Teil ab? Ist das nicht quill? Das ist doch... Das ist zurückgefärbter Ton. Hier, ne? Ja, warte, wir können da noch nicht, ne? Wir können da noch nicht abbauen, ne? Ja, stimmt. Stimmt. Das ist wahrscheinlich die Monomalität. Ja, dann mach schon mal, was ist das denn hier eigentlich für Clay? Dann kann ich mal die Spitzern nehmen. So, ja. Lass uns am besten alles teilen, weil wenn wir beide die Erfolge kriegen, ist gut. Ja. Guck mal, was ist das hier für ein Clay ist? Ah, das ist ganz normaler, gebrannter Ton. Ah, boah, hat sich das noch auf den Fall gefallen? Jetzt hab ich ein kleines Problem. Boah, ich bin schon wieder hier reingefallen. Oh, mal, es geht ja noch gar nicht. Okay, dann baue ich noch ein bisschen Red Stand Clay ab. Oh, ne. Stein! Hier ist Stein! Oh mein Gott, ganz Stein! Nein, ich war mir hier rundherum so ein bisschen nebenan nur drei. Ja, weil nicht, dass wir gleich schon die ganzen, äh, die ganzen, äh, die ganzen, äh, die letzten Spitze, ja. Das, da auch ziemlich viel, der noch immer zu stellen hat. Aber dann brauchen wir eine Stein-Spieze, das können wir auch wieder ein bisschen, äh, nein, bis jetzt, oder? Mach dann mal, möchtest du die Stein-Spieze machen? Schlauch und nur rupf. So, boah. 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 Na, außerdem tun wir. Boah. Okay. Äh, Spitz-Spieze kannst auch ran tun, wenn du willst. Na, genau. Okay. Ich hab nur eine Frage, soll man das jetzt oben drauf setzen, oder sollen wir das Glas dadurch ersetzen? Das soll ich nicht. Oh, vielleicht will ich den unteren Block ersetzen? Ich hab keine Ahnung. Sollen wir einfach alles ersetzen? Oh Gott, ne. Den glaub' ich nicht. Also, ich glaub' der ist, das wär' der letzte Block, oder? Weil die sind ja alle hier so fahren, oder? was wollen wir tun? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich weiß nicht ob... Wir könnten ja auch die Map-Carrot machen. Was ist das eigentlich hier für ein... Oh, jetzt bin ich auf jeden Fall. Ja, ich probier's einfach mal. Was? Okay, das klappt. Monument Complete. Ich hör eine Kuh. Was ist eigentlich das... Hier eher und ist das hier gelber? Ne, ist glaub ich orange. Aber das kann man auch mal abbauen, warte. Mir wäre aufgefallen, weil das hier eine andere Farbe war als der Unterricht. Was ist das für welcher? Achso, ich hab hier nachgesammelt. Äh, ja, orange. Yellow. Hier ist Blue. Tu mal hier rein. Genau, ich tu auch mal den Rest hier rein. Spalstein-Spiel vielleicht noch nicht, weil... Ich hab doch die Kur hier gehört irgendwo. Ich hol mal kurz ein Schwert. Wahrscheinlich ist die ganz unten, also. Das ist ein Kuh. Das ist ein Kuh. Das ist ein Kuh. Aber ich hab das auch gesammelt. Ich hab das auch gesammelt. Ich hab das alles auf. manche an ihn mit seinem Leben und Katan und sagt man kann ich bin so ein Teil in der Saison der Klinik ist nicht nur noch mal der rastlichen Achtung des Kongressant von oben und und das ist eine Pilskuh ja es sind wie die in meinem Besuchstück ausziehen wenn sie bei mir die auch nicht mehr als K. Wo ist sie wenn ihr ihn an da muss sie mit dem Schwer töten um aber er hat eine Kürze das heißt gut ich weiß gut keine Kürze einhauseinanderset man sich auch nicht in diesem gehalten wird bis die Zutaten weil ich mich nicht an einem Schammer und Schüsse nur noch oder das soll er in diesem Land der Niederlande zu tun und so weiter zu treffen er hat er an der Anwesenheit geschehen nur Schilder und an was soll ich denn für den Weg bauen und sie haben das schon angefangen und immer gesagt dann fange ich immer den Weg an nach unten vielleicht hat er es kaum kommt 3 Rund so sind nicht gleich schon hier unten angekommen also es geht sehr razi-fazi so wie sie sind und so perfekt aber hier kommen nicht mehr nur nicht weiter ja das Mysterium um das Mysterium des Rooms of Monuments werden wir dann wohl im nächsten Part erst ganz lösen können. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Captive Minecraft 2 mit Mark. Auf Wiedersehen. Tschüss.